... Die Emanuele so Ja, das ist ja so, ja, das ist ja so. Und 5. Soll ich keine Zahnolz-Restorung machen? Also keine Brüder. Nein. Zahnolz-Restorung. Zahn-Decke. Zahn-Ast-Restorung. Zahn-Ast-Restorung. Zahn-Decke. Zahn-Ast-Restorung. Das ist eine Torsplade, das ist ja so. Ach, super lang, ja. Und ja, was die Furchtchen sehen. Ja, da war ein guter Götter, oder? Ja, ja, ja. Das ist doch ein Pferd. Das ist doch ein Geräusch, oder? Das ist doch ein Geräusch, oder? Nee, das ist doch ein Geräusch, das ist doch ein Geräusch, das ist doch ein Geräusch. Das ist doch ein Geräusch, das ist doch ein Geräusch. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ja... Ja, das ist doch ein Geräusch. Ich hab's schon gesehen. mit dem Adamassel, der nimmt den Flur auf die Schulter. Noch mal auf den Socken, wo ich einen Beton grob. Nie weiter! Mir doch mal, wie hast du es? Ja, wie hast du es? Das ist doch mal, wie gehen wir uns beton und fachs. Das ist doch mal.